Hallo und herzlich willkommen, ich bin es mal wieder, euer Alkai. Das Apple Special Event ist vorbei, die neuen 13er Modelle sind erhältlich und deswegen möchte ich für euch heute eine Kaufberatung machen. Los geht's! Ich möchte euch heute in diesem Video die neuen 13er Modelle vorstellen. Ich werde euch sagen, was die Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger sind und ich werde euch sagen, für wen sich welches Gerät lohnt, basierend darauf, welches Gerät er aktuell besitzt, vielleicht wenn man sogar noch gar kein iPhone besitzt. Mein letztes Video ist das Fazit zu meinem iPhone 12 Pro gewesen, das gehört jetzt auch noch irgendwie mit rein, deswegen das verlinke ich euch auch, dort werdet ihr erfahren, ob sich das Gerät für mich gelohnt hat oder nicht. Ich habe das Ganze unterteilt einmal in die normale 13er Reihe, also das 13er Mini und das 13er Gerät und in die Pro Reihe, also das 13 Pro und das 13 Pro Max, ähnlich wie es Apple auch gemacht hat. Noch ein kleiner Hinweis, ich gehe hier rein auf die technischen Daten ein, das heißt, falls es irgendwelche Sachen geben wird, die sich mit der Zeit bei der Benutzung der Geräte herausstellen werden, darauf habe ich leider keinen Einfluss, das kann ich euch leider nicht sagen. Dennoch versuche ich euch das Ganze so gut, wie es geht, hier näher zu bringen. Fangen wir an mit der 13er Serie. Die Notch ist kleiner geworden, sie ist dünner, aber ein bisschen tiefer geworden. Die Hörmuschelposition hat sich dadurch verändert, was langfristig das bedeuten kann, werden wir mit den Reviews herausfinden. Außerdem ist die Kameraposition jetzt gewechselt worden, die waren vorher vertikal in einer Linie und sind jetzt diagonal angeordnet. Das verbaute Display ist heller geworden, das war vorher 625 Nits hell und ist jetzt 800 Nits hell. Die Akkulaufzeit hat sich auch verlängert, das hängt wahrscheinlich mit einem größeren Akku zusammen, aber auch mit den neuen Chips, die verbaut sind. Verbaut sind jetzt die A15 Chips, vorher waren das die A14 Chips. Die sind rein von dem Aufbau her identisch, jedoch ist das natürlich eine neue Generation und diese ist somit stromsparender, aber halt auch leistungsfähiger. Im Fotobereich sind auch noch ein paar Neuerungen hinzugefügt worden. Einmal gibt es die fotografischen Stile, die ähnlich wie Filter unseren Bildern noch mehr Ausdruck verleihen sollen. Es gibt den Kino-Modus, der uns hilft, den Fokus automatisch zu verschieben, basierend auf Kopfbewegungen bzw. Blickkontakt von Personen. Außerdem wurde HDR verbessert, wir haben jetzt die neue Generation, das ist Smart HDR 4 und zusätzlich gibt es eine neue Sensorstabilisierung, wodurch unsere Aufnahmen noch stabiler sein sollen. Die Speicherkapazität wurde bei allen Geräten verdoppelt, das heißt wir fangen jetzt an bei 128 GB. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit Dual-E-SIMs zu benutzen, also zwei digitale SIM-Karten gleichzeitig. Fazit, machen wir es kurz und schmerzlos, mich hauen diese Neuerungen nicht aus dem Hocker. Natürlich ist es einiges besser geworden, es ist schön, dass das Display heller ist und dass das Gerät jetzt auch eine längere Akkulaufzeit hat, aber das ist ja auch in irgendeiner Form klar. Schließlich ist es eine neue Generation und es müssen ein paar Neuerungen hinzukommen. Ich denke jedoch, dass, sage ich mal, für diese Zielgruppe, dass jetzt nicht so große Neuerungen sind, als dass einer sagen würde, dass er dann unbedingt auf das neue Gerät upgraden muss. Und genauso sehe ich dann halt auch bei meinem Fazit, dass ich sage, wenn eine Person ein iPhone 12 hat, muss sie nicht zwingend auf das 13er wechseln. Anders sieht es halt aus, wenn man noch eines der älteren Geräte hat, also beispielsweise vielleicht auch eines von der 11er Serie oder noch älter, dann muss man definitiv nochmal nachschauen, was da die größeren Unterschiede sind. Da kann es sich, denke ich mal, lohnen, auf dem 13er zu wechseln. Wenn man Neukunde ist, also noch gar kein iPhone hat, dann muss man sich wirklich überlegen, möchte man unbedingt das 13er jetzt haben, vielleicht durch die kleinere Notch oder durch andere Sachen. Oder man nimmt das iPhone 12, was auch ein sehr gutes Smartphone ist, bekommt dafür einen vernünftigen Rabatt und hat dann ein wirklich sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Apple-Gerät, was man mehrere Jahre benutzen kann. Kommen wir zu der Pro-Serie. Also auch hier hat sich natürlich die Notch verkleinert. Wir haben auch hier ein helleres Display bekommen. Wir haben statt 800 Nits jetzt 1000 Nits, was sehr erstaunlich ist, denn damit können wir zumindest per Definition auch HDR-Content auf diesem Smartphone erstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das war es noch nicht. Wir haben jetzt nämlich ein Pro-Motion-Panel verbaut. Das heißt, mit anderen Worten, ein Panel, was bis zu 120 Hertz unterstützt. Das Ganze ist adaptiv. Das heißt, das Smartphone wird erkennen, was gerade gemacht wird. Und basierend darauf wird dann die Bildwiederholrate angepasst. Die komplette Kamera hat sich verbessert. Alle drei Objektive sind lichtstärker geworden. Zusätzlich wurde der Zweifach-Zoom durch einen Dreifach-Zoom ergänzt. Und es gibt noch eine neue Aufnahmemöglichkeit, nämlich den Makro-Modus. Dieser geschieht durch die Ultra-White-Linse. Und damit haben wir dann theoretisch vier Objektive. Nämlich haben wir einen Ultra-White-Modus. Wir haben den Normal-Modus, den Tele-Modus und dann noch den Makro-Modus. Auch hier haben wir die neue Sensor-Stabilisierung verbaut, die uns helfen soll, noch stabilere Aufnahmen zu machen. Und genauso haben wir auch hier die neue Generation Smart HDR 4. Die fotografischen Stile sind ebenfalls mit an Bord, die uns helfen, unsere Bilder durch so eine Art Filter noch ausdruckstärker zu machen. Der Kino-Modus ist auch hier vorhanden. Das heißt, die KI erkennt aufgrund von Kopfbewegungen bzw. durch Blickkontakt, wo der Fokus verschoben werden muss. Ähnlich wie man es zum Beispiel von Kinofilmen kennt. Aber weil das Ganze noch nicht ausreicht, wird noch ein zusätzliches Dateiformat hinzukommen. Nämlich wird es möglich sein, mit dem iPhone 13 Pro ProRes Videos aufzunehmen. ProRes ist ein Dateiformat von Apple, was von einigen professionelleren Kameras unterstützt wird und auch von bestimmten Schnittprogrammen und hilft durch die Kompabilität einfach effizienter die Ressourcen auszunutzen. Auch hier ist die Akkulaufzeit gestiegen, unter anderem natürlich durch die neue Chip-Generation, die wir haben. Auch hier ist der A15 Prozessor verbaut. Jedoch ist er nicht identisch wie bei den 13er Geräten. Der hat nämlich ein GPU-Can mehr und somit auch ein GPU-Can mehr als das 12 Pro. Aber an sich ist der restliche Aufbau gleich geblieben. Auch hier haben wir die Möglichkeit, Dual eSIM zu benutzen, also zwei digitale SIM-Karten. Und es gibt noch eine zusätzliche Speicherkapazität, um das Ganze abzurunden. Nämlich kann man das iPhone 13 Pro jetzt konfigurieren in einer 1TB Speichervariante. Fazit. Hier sieht es meiner Meinung nach anders aus. Hier würde ich definitiv sagen, hier lohnt es sich auch bei einem iPhone 12 Pro auf das 13 Pro abzugraden, sofern man sich für diese Sachen begeistern kann, also sehr viele Bilder bzw. Videoaufnahmen macht und halt auch eben Interesse an einem 120Hz Display hat. Ähnlich sieht es dann natürlich auch bei Leuten aus, die ein älteres Modell haben, wie zum Beispiel die 11er Reihe oder noch älter. Da wird es Riesensprünge nach vorne geben, da wird man sich definitiv für begeistern können. Und auch bei Neukunden kann ich guten Gewissens sagen, da kann man diesen Mehrpreis auch von mir aus ausgeben, wenn man jetzt nicht auf jeden Cent achten muss und kann dann wirklich das Neueste vom Neuesten und auch wirklich viele Neuerungen im Vergleich zum 12 Pro mitnehmen. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Ja, ich war verwundert, dass diese Geräte tatsächlich 13er heißen werden. Ich ging davon aus, dass es die Unglückszahl ist und deswegen werden die anders heißen, aber das ist ein anderes Thema. Ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Strategie. Ich kaufe mir im Schnitt nur alle zwei Jahre ein neues Gerät, deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf das 14 Pro und hoffe, dass dann die Notch bzw. die kleinere Notch dann noch effektiver ausgenutzt wird, dass wir dann auch den Kino-Modus in 4K haben und vielleicht noch andere Neuerungen, wie zum Beispiel eine Datenübertragung durch vielleicht USB-C oder durch MagSafe. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird und ich freue mich umso mehr. Und deswegen, das war meine Kaufberatung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und konnte euch helfen. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.